Fragen wir nach bei unserem ARD-Korrespondenten Martin Adam in Warschau. Einen schönen guten Abend. Herr Adam, letzte Umfragen. Sahen die PiS zwar mit Verlusten, aber dann doch als stärkste Kraft vorne? Wir haben von der hohen Wahlbeteiligung gerade nochmal gehört. Was glauben Sie, wer konnte seine Wähler besser mobilisieren? Im Moment ist das schlichtweg noch nicht so ganz raus. Die Wahllokale sind noch offen bis 21 Uhr. Bis 21 Uhr kann noch abgestimmt werden. Und erst dann werden wir sehen, zumindest in der ersten Prognose, wie die Ergebnisse grob gelagert sind. Was wir aber sehen können den ganzen Tag schon, ist eben ein enormer Andrang auf diese Wahllokale, sowohl im Inland als auch im Ausland. Noch nie haben so viele Polinnen und Polen wie diesmal im Ausland sich angemeldet, um zu wählen. Erwartet wurden gut 400.000, angemeldet haben sich über 600.000. Und sowohl bei den Wahllokalen im Ausland als auch im Inland gibt es vereinzelt die Sorge, dass es einfach zu viele Menschen sind, um in der vorgegebenen Zeit die Stimme abgeben zu können und sie dann auch in den vorgegebenen 24 Stunden Nachschließung der Wahllokale rechtzeitig auszählen zu können. Die hohe Wahlbeteiligung deutet darauf hin, dass es Donald Tusk eventuell besser gelungen ist, als der PiS die eigene Wählerschaft dann doch zu mobilisieren. Eben mit diesem Eindruck, auch mit dieser Botschaft, die wir immer wieder gehört haben, dass das eine ganz grundsätzliche Wahl ist. Eben nicht irgendeine Parlamentswahl, sondern eine ganz grundsätzliche wegweisende Entscheidung über die Zukunft Polens. Weil, wenn wir auf die Karte schauen, sehen wir relativ deutlich, dass nicht nur allgemein im Land die Wahlbeteiligung, Stand 17 Uhr, um 12 Prozentpunkte, gut 12 Prozentpunkte höher ist als zum selben Zeitpunkt vor vier Jahren, 2019, was schon eine enorme Zahl ist, sondern dass sie vor allem im Norden und im Westen angestiegen ist. Und das sind Bereiche, in denen eben traditionell die Bürgerkoalition von Donald Tusk stärker ist als die PiS. Also Donald Tusk kann sich Hoffnung machen, aber bisher sind das Vermutungen. Wir werden es erst sehen, wenn die Ergebnisse da sind. Steigen wir ein bisschen ein in den Wahlkampf oder tauchen ein bisschen ein in den Wahlkampf. Welche Themen haben diesen in den letzten Wochen bestimmt? Dieser Wahlkampf hier, der im Grunde seit Monaten läuft und in den letzten Wochen sich dann extrem zugespitzt hat, war erstaunlich themenarm. Denn in dieser polarisierten Gesellschaft, in der die Polen inzwischen ist, auch weil die PiS große Teile des Mediensystems tatsächlich nicht kontrolliert, aber doch sehr stark beeinflusst, prallen dort wirklich Welten aufeinander, die manchmal nichts miteinander zu tun haben. Wenn diese Menschen ins Gespräch kommen, dann sind sie dann oft überrascht, wie unterschiedlich sie das Leben in Polen und die Weltlage wahrnehmen. Und dieser Wahlkampf in dieser Polarisierung hat eben dazu geführt, dass relativ wenig Themen konkret zur Sprache gekommen sind. Erst ganz am Ende hat sich das Thema Migration nach vorne gespielt. Und das ist gleichzeitig überraschend, weil natürlich die PiS hat sich in den letzten Jahren immer als große Antimigrationspartei auch in Polen dargestellt. Und jeder Versuch aus der Europäischen Kommission, Geflüchtete mit wie auch immer welchen gearteten Schlüsseln auf europäische Mitgliedsländer zu verteilen, ist aus Polen blockiert worden. Gleichzeitig sagt aber auch Donald Tusk, dass er gegen den EU-Asylkompromiss stimmen wird und dass er das auch nicht unterstützt. Also es ist auch ein merkwürdiges Thema, weil es eigentlich nicht dazu geeignet ist, sich zu profilieren untereinander. Und das Hauptthema dieses Wahlkampfs war tatsächlich, wählt uns, damit die anderen nicht an die Macht kommen. Und das wirklich mit harten Bandagen und zum Teil sehr persönlichen Angriffen auf beiden Seiten. Ja, aber was auch sicher zu sein scheint, ist, dass es ohne Bündnispartner nicht funktionieren wird. Die Linken und die Grünen, der dritte Weg auf der einen, die rechten Konfederentier auf der anderen Seite, als mögliche Partner. Wie haben sich diese positioniert? Es ist tatsächlich gerade für die PiS im Moment ein Dilemma. Also es müsste mit einem sehr großen Zufall zugehen, wenn die PiS es nicht mehr schaffen würde, auf dem ersten Platz zu landen. Alle Umfragen seit Monaten sehen Sie bei etwa 35 Prozent plus minus drei, je nachdem welche Umfrage, je nachdem welches Institut. Und relativ stabil auf den zweiten Platz kommt die Bürgerkoalition von Donald Tusk immer um die 30 Prozent. Tusk hat aber deutlich mehr Möglichkeiten. Denn im Senat, in der zweiten Parlamentskammer, paktiert er oder seine Bürgerkoalition schon länger mit eben dem liberal-konservativen Bündnis Dritter Weg und der Neuen Linken. Und diese drei Parteien sind auch gewillt und nach aktuellen Umfragen rechnerisch auch in der Lage, nach der Wahl eine Regierungskoalition zu bilden. Während die PiS zwar stärkste Kraft werden könnte, dann aber keinen Kooperationspartner hat, keinen Koalitionspartner, weil die rechtsextreme Konfederatia zugleich einen extremen Markt-Libertäres-Programm hat. Also gegen all die sozialstaatlichen Maßnahmen, der PiS ganz grundsätzlich argumentiert und eine Koalition, eine klassische zwischen zwei Parteien eigentlich nicht denkbar ist. Die Mutmaßungen gehen jetzt in die Richtung, dass die PiS, sollte sie knapp vorne liegen und nur wenige Mandate noch brauchen, versuchen wird, aus der Konfederatia einzelne Abgeordnete herauszulösen, herauszukaufen oder im Zweifel auch zu erpressen, um sich dann gewissermaßen nach der Wahl doch noch eine Mehrheit zu konstruieren. Also im Grunde kann man schon sagen, dass zum derzeitigen Zeitpunkt wirklich noch alles offen ist. Wir wissen nicht, was nach dieser Wahl passieren wird. Die ersten Zahlen bekommen wir in etwas mehr in einer Stunde, vielleicht schon präsentiert, nämlich um 21 Uhr. Und das war Martin Adem, unser Kollege aus Warschau. Ich bedanke mich recht herzlich für die Einordnung und die Informationen. Dankeschön.